... der Droge aufwendet und seinen Konsum nicht einschränken kann. Die Wissenschaftler haben den Ratten beigebracht, dass ihnen die Droge nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Wird die Zufuhr gestoppt, hört die normale Ratte rasch auf, den Stoff einzufordern. Die süchtige Ratte hingegen macht hartnäckig weiter. Sie schafft es nicht, aufzuhören. Das zweite Kriterium ist der Motivationsgrad. Der Süchtige ist bereit, unverhältnismäßig viel Einsatz zu bringen, um seine Droge zu beschaffen. Die Wissenschaftler stellten den Drogenspender so ein, dass die Ratten ihn immer öfter betätigen müssen, bis sie ihre Dosis erhalten. 800, 1000, ja bis zu 2000 Mal. Nach etwa 100 Versuchen beschließt die normale Ratte, es gut sein zu lassen. Die süchtige Ratte hingegen lässt sich nicht beirren. Sie verausgabt sich völlig, um ihre Ration zu ergattern. Und schließlich das dritte und letzte Kriterium. Der Drogensüchtige nimmt auch dann noch Drogen, wenn er um die negativen Konsequenzen weiß. Jetzt bekommen die Nager jedes Mal, wenn sie den Mechanismus betätigen, einen leichten elektrischen Schlag. Die normale Ratte ist nicht bereit, die Schmerzen in Kauf zu nehmen. Sie hört sofort auf. Ihr süchtiger Artgenosse hingegen erträgt sie mit stoischer Gelassenheit. Das Interessante an dem Ergebnis ist, dass der Anteil an Süchtigen bei Ratten und Menschen etwa gleich ist. Bei Menschen liegt die Zahl, je nach Droge, zwischen 10 und 20 Prozent. Bei unseren Versuchstieren haben 17 Prozent Anzeichen von Sucht gezeigt. Der Anteil an den Töchsten, der Töchsten, der Töchsten, der Töchsten und der Töchsten. Eine echte Abhängigkeit liegt vor, wenn sich jemand eingesteht, dass er ein Problem hat. Wenn er unter der Droge leidet. Wenn er aufhören will und es nicht kann. Das wichtigste Kriterium für die Abhängigkeit ist der Wunsch und zugleich die Unfähigkeit aufzuhören. Abhängigkeit kann auch durch Medikamente entstehen, die weniger drastisch wirken wie Heroin. Wie etwa bestimmte Beruhigungsmittel oder Angsthämmer. Stark abhängig machende Tranquilizer wie Chloral, gefährliche Barbiturate und Medikamente auf Mipro-Bamat-Basis werden heute kaum noch verschrieben. Die moderne Medizin therapiert unter Angststörungen leidende Patienten mit Anxiolytika, wie Valium, Xanax oder Lexomil. Deren Hauptwirkstoff die sogenannten Benzodiazepine sind. Bei Angstpatienten sind bestimmte Hirnregionen wie das Striatum und der Hippocampus gestört. Die Medikamente wirken jedoch hauptsächlich in der Amygdala, einem Kerngebiet des menschlichen Gehirns, in dem Angstreflexe ausgelöst werden. Die genaue neuronale Wirkungsweise der Benzodiazepine war lange Zeit unerforscht. Hans Mühler, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Angstforschung, hat das Phänomen als erster durchschaut. Angst ist für uns Menschen lebensnotwendig. Ohne sie könnten wir gar nicht existieren. Niemand könnte die Straße überqueren. Wir brauchen die Angst zu unserem eigenen Schutz. Doch manche Menschen leiden unter übermäßiger Angst. Haben Sie schon einmal erlebt, wie jemand eine Panikattacke hatte? Es ist schrecklich. Es kann überall passieren. Im Restaurant, im Büro oder zu Hause. Der Betroffene erstarrt plötzlich. Ohne ersichtlichen Grund. Er fängt an zu schwitzen. Sein Herz rast. Er glaubt, sein letztes Stündlein hätte geschlagen. Er ist wie gelähmt. Nach etwa einer Stunde ebbt die Panik langsam ab. Für diese Patienten ist Angst ein großes Problem. Sie brauchen dringend Hilfe. Sie brauchen einen Weg, diese Patienten zu helfen. Hans Möhler hat herausgefunden, dass Benzodiazepine wie Balium im Bremssystem unseres Gehirns wirken. Im sogenannten GABA-System. Im Gehirn eines Angstpatienten gelingt es GABA nicht, den Informationsfluss zu drosseln. Die Benzodiazepine ziehen sozusagen die Notbremse, bevor das System kollabiert. Die Medikamente funktionieren wie der Servomechanismus einer Autobremse. Sie verstärken das Bremssystem, also das inhibitorische System. Allerdings sind sie nicht in der Lage, die Bremse selbst zu betätigen. Um im Bild des Autos zu bleiben. Bremsen muss der Autofahrer selbst. Der Servomechanismus erhöht lediglich die Wirkungskraft der Bremse. Im Normalfall stimuliert GABA seine Rezeptoren und bremst die Aktivität der Nervenzellen. Sobald die Benzodiazepine an den GABA-Rezeptoren andocken, erhöht sich die Bremswirkung des Transmitters und die Angstgefühle werden ausgeschaltet. Benzodiazepine wirken schnell und gründlich. So gründlich, dass manch einer nicht mehr darauf verzichten kann. Manche Patienten haben Probleme damit, das Medikament abzusetzen. Sie entwickeln eine Abhängigkeit. Aus diesem Grund dürfen Benzodiazepine nur über einen sehr kurzen Zeitraum eingenommen werden. Patienten mit einer gewissen Suchtdisposition, beispielsweise in Bezug auf Alkohol, sollten damit überhaupt nicht therapiert werden. Das Risiko einer Abhängigkeit wäre zu hoch. Mit 80 Millionen Packungen pro Jahr sind die Franzosen die weltweit größte Konsumentengruppe von Anxiolytica. Um das Problem der Abhängigkeit in den Griff zu bekommen, hat Hans Möhler genau wie Brigitte Kiefer die Rolle der einzelnen GABA-Rezeptoren untersucht. Wir haben entdeckt, dass es mehr als ein Dutzend Unterarten von hemmenden Rezeptoren gibt. Allesamt sind sie GABA-Rezeptoren. Ursprünglich ging man davon aus, dass es nur einen einzigen hemmenden Rezeptortyp im Gehirn gibt, aber diese Annahme hat sich als falsch erwiesen. Je nach Hirnregion findet man diesen oder jenen Typ, hier diesen, dort den, hier den. Die Benzodiazepine, die heute eingesetzt werden, interagieren mit all diesen Regionen. Wir haben uns gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, ein Medikament zu entwickeln, das nur mit diesem oder diesem interagiert. Damit ließen sich unerwünschte Nebenwirkungen ausschließen. Und genau daran arbeiten wir momentan. Bis die neue Generation Anxiolytika auf den Markt kommt, dürfen die Patienten die alte Behandlung fortsetzen. Denn ähnlich wie beim Heroin gewöhnt sich der Körper an die Substanz und verlangt regelmäßig Nachschub. Bleibt dieser aus, kommt es zu Entzugserscheinungen. Hat sich der Organismus einmal an das Medikament gewöhnt, ergeht es dem Patienten wie einem Heroinsüchtigen. Wenn die Junkies zu uns in die Klinik kommen, hören wir immer dieselbe Geschichte. Die ersten Male gab mir das Heroin einen unvergleichlichen Kick, ein Hochgefühl, intensiver als ein Orgasmus. Ich vergaß alle meine Sorgen, Ängste und Probleme. Doch nach einiger Zeit blieb das Hochgefühl aus und ich brauchte den Stoff, um mich einigermaßen normal zu fühlen. Wenn ich auf Entzug bin, leide ich Höllenqualen. Alle Ängste kehren zurück. Ich kann nicht mehr schlafen. Das sind physische Schmerzen. Alles tut mir weh. Jede einzelne Faser meines Körpers schmerzt. Ich bekomme Durchfall, muss mich übergeben und so weiter. Die Entzugserscheinungen haben ihren Ursprung im Gehirn des Süchtigen. Um weiterhin normal zu funktionieren, muss es seine Vernetzungen neu ordnen und wieder ins Gleichgewicht bringen. Sachant, dass die Heroin ist ihn. Wir wissen, dass Hitmen müssen.